Wir befinden uns gerade in einer sehr schwierigen Phase. In jedem Lebensbereich steigen die Preise, natürlich auch wegen der Inflation geschuldet und wir befinden uns gerade auch in einer Rezession. Steigende Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise, steigende Gaspreise und so weiter und so fort kann auf jeden Lebensbereich angewandt werden. Aber besonders bei den Lebensmittelpreisen ist dann der Ausschrei sehr groß, wenn die Lebensmittel, die Nahrung und das Essen solche Dimensionen erreichen, dass die Leute sich das nicht mehr leisten können. Und dann hört man oft, dass das Abzocke sei, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, menschenverachtend und dass die Leute sich das nicht mehr leisten können und einfach nur viele hungern werden. Und das ist auch etwas, was ich vor der Inflation bemerkt habe beziehungsweise auch beobachtet habe, dass die Menschen sehr empfindlich sind, wenn die Lebensmittelpreise steigen und die Leute einfach viel mehr Geld für ihr Essen ausgeben müssen. Vor einem Jahr damals, wo das Sonnenblumenöl sehr teuer gewesen ist, ich glaube 5 Euro Liter und etwas höher gab es auch schon mal bei manchen Supermärkten oder als der Aldi mal Premium Cocktailtomaten für 11 Euro das Kilo verkauft hatte, die halt sonnengereift sind, die nachhaltig angebaut worden sind und die Bauer sich da wirklich Mühe gegeben haben. Und da soll es auch ziemlich gut geschmeckt haben, also so wie der Eigenanbau von Tomaten eben sein soll. Und da war halt auch bei sehr vielen der Aufschrei groß. Das habe ich online gelesen im Internet von mehreren Seiten. Und das ist dann sehr lustig, mal die Kommentare sich genauer durchzulesen, was da für Leute da für Sachen mal von sich geben. Und es ist sehr interessant, billiges Essen für alle, dass man sich halt schön vollfressen kann, weil man mit einem gefüllten Magen, ist ja eines der Grundbedürfnisse, kann ja die Politik sehr viele Sachen machen, Problematiken oder gegebene Zustände, die zu Problemen führen, kann man einfach so stehen lassen, solange halt der Deutsche oder allgemein die Menschen etwas zu essen haben, ist die Not, etwas zu verändern, zu demonstrieren, protestieren und wirklich auch mal ins Handeln bzw. ins Machen zu kommen, nicht unbedingt gewährleistet. Deswegen sehe ich das aus meiner Sicht so, dass das Essen bzw. Lebensmittelpreise bewusst so niedrig gesetzt sind, dass die Leute sich wenigstens das Bedürfnis noch stellen können und nicht dann auf die Straße gehen oder das System z.B. stürzen. Und man muss sich einfach mal fragen, dieses billige Essen, also welchen Mehrwert hat es und wie kann es denn eigentlich so billig sein? Kilo Fleisch für 3-4 Euro, Mehl für wenige Euro, Milch damals zu meiner Zeit, wo ich noch jung war, 50 Cent pro Liter, weiß nicht, ob das immer noch so ist, da habe ich mich jetzt nicht ganz so beschäftigt, Kilo Bananen für knapp unter 1 Euro und das sind dann solche Erinnerungen auch an bessere Zeiten. Heute sind es auch zum Teil noch einigermaßen solche Preise und wie gesagt, da frage ich mich eigentlich, warum sich die Menschen nicht fragen, warum das ganze Zeug denn so billig ist und wie dann Menschen auch davon leben können. Da ist man ja schon fast gezwungen auf konventionelle Methoden umzusteigen und in Massen zu produzieren und natürlich die großen Landwirte bzw. die großen Betriebe bekommen auch Subventionen, um sich das überhaupt auch leisten zu können, diesen ganzen Massenanbau bzw. den Anbau an sich und da braucht sich auch keiner wundern, warum immer weniger Bauern und Farmer es eigentlich auch gibt, weil wer möchte das denn unbedingt machen, du bist da den ganzen Tag draußen, machst auch locker mal Überstunden, 12, 14, 15 Stunden, wenn mal was ansteht, dass Tag ein, Tag aus, ohne Sonn- oder Feiertage, wenn du Tiere hast, die müssen natürlich auch irgendwie gefüttert werden, also du hast halt sehr viel Arbeit, hast dann dementsprechend wenig Entlohnung und sozial gesehen ist das auch nicht gerade der beste Beruf, weil du halt dann nicht oft ins Restaurant vielleicht gehst oder irgendwo hinfährst oder in Urlaub fährst oder so, wenn du halt als Selbstversorger bzw. als Landwirt arbeitest, musst du halt diverse Abstriche halt auch machen, da gibt es halt Arbeiten, da musst du halt bei anderen Sachen halt einfach zurücktreten und viele sehen halt diese Arbeit auch als schmutzige Arbeit, das hat man mir auch mal so gesagt, weil du dir halt die Hände dreckig machst und mit Mist agierst und so weiter und so fort. Und in der konventionellen Landwirtschaft gibt es so grauenhafte Bedingungen einerseits, wenn man sich hier bei uns die Felder anschaut, wie stark die gespritzt werden, und da meint den Bauern auch keinen Vorwurf, wenn die mehrere hundert Hektar zum Beispiel haben, um halt die Dumpingpreise von den Discountern zum Beispiel zu erfüllen, damit sie halt auch in den großen Mengen das auch haben, für eine Tonne weniger Euro zum Beispiel, dann kannst du nicht einfach einen Hektar mit der Hand durchschauen, nach Permakulturprinzipien, zum Beispiel ein Kartoffelfeld und dann die Kartoffel aufklauben, das wirst du nicht hinbekommen. Du hast keine Zeit, dir die Pflanzen anzuschauen, wie es denen geht, ob sie Dünger brauchen, ob sie Schädlinge haben und so weiter. Deswegen bist du ja auch darauf angewiesen, dass du halt den Chemiecocktail auf die Felder bringst, dass du halt irgendwas ernten kannst, auch in diesen großen Mengen. Und das geht dann auch weiter, wenn du mal die Gewächshäuser in Italien und in Spanien anschaust, wo auch zum Teil in Spanien Flüchtlinge aus Marokko ohne Schutzanzug in der Giftgaswolke drinstecken, in den ganzen Folientunnel. Und das eine reinste Katastrophe ist, auch wieder schreckliche Bedingungen, damit bei uns die Tomaten 2, 3, 4 Euro des Kilo irgendwie im Supermarkt stehen, die wahrscheinlich auch nicht mal richtig gut schmecken. Und da frage ich mich eigentlich, der Schaden wird nicht auf die Produkte aufgerechnet. Wenn man sich das mal anschaut, wie wir die Natur eigentlich auch misshandeln, zum Beispiel in tropischen Ländern mit dem Wasserverbrauch auf Plantagen, da auch wieder Avocado als Beispiel, wenn man die einfach in die Wüstenregion reinsetzt und nicht nach Plammerkulturmaßnahmen anbaut. Oder die jetzigen Äcker, die wegen der Dürreperiode auch enorm viel Wasser verbrauchen, weil da überhaupt gar kein Leben und Humus mehr in den Bodenschichten drin ist. Von der Massentierhaltung ganz zu schweigen. Mit der Grundwasserversorgung, mit den Medikamente, die Gülle, Antibiotika, den Tieren verabreichen, hast du auch schon wieder minderwertiges Fleisch. Der hohe Wasserverbrauch, und das führen wir uns dann auch alles wieder zu. Wir sind ja in einem Kreislauf, dieses Stressfleisch, Medikamentenfleisch, das essen sehr viele Leute. Der Schaden, der in der Natur entsteht, das trifft uns ja auch wieder. Tiere leiden auch darunter, auch Wildtiere. Und wir holzen dann noch zusätzlich Regenwälder ab für diesen Anbau von Soja zum Beispiel. Dazu stellen wir auch wieder enorm viel Lebensräume, auch etwas, was unsere Erde benötigt, um halt den Kreislauf aufrechtzuerhalten, das Klima, sage ich mal. Dann gehen, wenn wir da noch weitergehen, da die Fischerei auch eine reinste Katastrophe, der enorme Beifang, der für einige Kulturen da ansteht. 80, 90 Prozent Beifang, was einfach dann tot wieder zurück in die Meere geworfen wird. Kann man sich da auch zum Beispiel die Doku Seaspiracy neutral mal anschauen. Man muss jetzt nicht unbedingt auf diese Ideologie dahinter eingehen, sondern einfach nur neutral mal anschauen, was die da so sachlich sagen. Und das ganze Mikroplastik und Schwermetall im Meer, das fressen ja auch zum Teil die großen Fische, wie zum Beispiel Aal oder auch Forellen, Lachs und so weiter. Die ganzen großen Fische, die bei uns dann auf dem Teller landen, die ja sehr lange in dem Meer leben und die ganzen Schwermetaller und Mikroplastik akkumulieren. Und das essen dann die Leute. Und dann kommen halt die ganzen gesundheitlichen Folgen, die man ja heutzutage kennt. Chronische Krankheiten kommen immer früher auf. Die Leuten, denen geht es immer schlechter. Im hohen Alter auch sehr viele gesundheitliche Probleme, Grippe, Schnupfen und alles Mögliche. Es erhöht sich alles. Also auch hier kann man sich gerne mal meine Playlist zur schleimfreien Heilkost und alles mal anschauen, wie ich das dazu alles stehe, auch mit dem Fasten und sowas. Wer mich jetzt noch nicht kennt, einfach mal die Playlist mal anschauen. Ist sehr zu empfehlen. Deswegen auch dieser Punkt, dass halt die gesundheitlichen Folgen immer weiter zunehmen. Und wenn man sich das mal anschaut, welchen Schaden da produziert wird und das mal auf die Produkte draufschlägt, dann hätte man, glaube ich, 10, 20, 30 Mal höhere Preise, wenn man das überhaupt irgendwie bemessen kann. Und ich denke, das würden dann auch nicht die Leute bezahlen. Das wäre viel zu viel zu viel. Es ist halt die Mentalität in Deutschland ist halt einfach auch die andere. Da wird jetzt circa 10 bis 15 Prozent für Lebensmittel oder Nahrungsmittel ausgegeben, wo ich da schon gesehen habe, dass in anderen Ländern dieses Verhältnis ganz anders ist. Also wenn man zum Beispiel in einen südlichen Raum schaut, Italien, Spanien, Frankreich oder wo ich in Costa Rica war, da habe ich mit sehr vielen Leuten geredet. Die haben ja alle gesagt, sie gehen in keinen Discounter. Sie gehen nur auf den Farmersmarkt, auf den Bauernmarkt, auf den Wochenmarkt und kaufen dort direkt beim Produzenten ihr Obst und Gemüse ein, ihr Fleisch, ihr Käse und so weiter. Zahlen auch gerne diesen Aufpreis, den sie da haben. Sie wollen einfach nur Qualität haben, der sich auch schmecken lässt. Also die Leute haben eine ganz andere Einstellung, nicht diese billig-billig-Mentalität, die ich ja von meiner Familie zum Beispiel kenne. Das ist halt dann zum Beispiel eine Geschichte von damals. Mein Bruder hat mir immer gesagt, da ist ein Kilo Melone für ein Euro viel zu vieles für eine Melone, weil das hat auch schon sieben Euro das Kilo für Fleisch viel zu teuer. Also es muss vier, fünf Euro kosten. Und das kann man halt dann auf alles ein weiterer aufspannen bzw. anwenden. Das hat alles, was etwas teurer ist als die konventionelle Methode, die man halt im billigsten Discounter findet, einfach viel zu teuer ist und auch verabscheut wird. Was halt dann im Umkehrschluss sehr interessant ist, dass dann genau die Leute sehr viel Geld ausgeben für iPhones, für Spielekonsolen, für andere Medien und da mehrere hunderttausend, zehntausend Euro ausgeben, wo ich mir denke, warum geben Leute für ein iPhone über 1500 Euro raus, wo sie sowieso nur Nachrichten schicken, ein paar Bilder machen, mehr eigentlich nicht, vielleicht ein paar E-Mails checken, keine Videos drehen oder sonst irgendwie Uploads machen oder Content auf YouTube oder sowas machen, wo es sich dann vielleicht lohnen würde, sich so ein Gerät zuzuholen, was natürlich auch günstiger geht, das heißt ja sehr viel ist mit Marketing zu tun. Ein anderes Beispiel von mir, wo ich im Studium war, da gab es mal einen Student, der hat während der Zeit, wo es das Oktoberfest war, an einem Wochenende, mehr als 300 Euro ausgegeben für Alkohol. Ich glaube, das war sogar an einem Tag und das ist halt dann auch sehr kurzfristiges Denken, dass man halt erstens seine Gesundheit so stark schadet und auch die Prioritäten so drauflegen, dass man halt mehr Geld für Alkohol, also für ein Gift ausgibt, anstelle für gutes Obst und Gemüse. Und die Folgen sind natürlich sehr weitreichend, also allgemein die Medikamentenbelastungen und das stark stressgeladene Fleisch, davon werden die Leute, damit schadet man einfach den Körper, das ist nicht gut. Genauso wie der 17-mal gespritzte Apfel und weitere Früchte und Gemüse mit der ganzen Chemiekeule, wo auch kleinste Nager schon, das hat mir meine Nachbarin erzählt, die sterben daran. Da hat sie mir erzählt, dass Meerschweinchen oder Hamster den mal einen Salat aus dem Discounter gegeben hat und die dann dadurch, dieses Meerschweinchen dann dadurch gestorben ist. Und es geht ja auch weiter mit dem ganzen Fast Food, Industriefraß und Fertigprodukte, mit dem ganzen Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffen, die dann letztlich einfach dazu führen, dass die Leute krank werden, chronisch krank, schneller altern, weniger vital sind, weniger eine geringere Denkleistung haben, erhöhte Arztkosten haben, die Krankenkassenkosten explodieren. Man hat ja auch eine eingeschränkte Lebensfreude. Hinzu kommt, dass man natürlich auch von innen heraus stinkt, auch hier wieder Bezug auf schleimfreie Heilkost, kann ich nur jedem empfehlen, meine Playlist mehr anzuschauen. Und dann brauchen halt die Leute, weil sie sich ja unbedingt schön ausschauen, aussehen wollen oder schön fühlen sollen, brauchen sie natürlich Kosmetikprodukte, um halt den Gestank und den Verfall wieder auszugleichen, Shampoo, Parfüm, Zahnpasta, Brillen, Hautcremes, Haartransplantationen, Schönheitschirurgie und Verhalten ausgleichen und so weiter. Also alles, um wieder irgendeinem Schönheitsideal gerecht zu werden, aber natürlich mit wenig Aufwand, also schlecht essen, wenig Sport machen, wenig schlafen, aber trotzdem die anderen Vorteile halt auch mitzubekommen. Und es entstehen ja einige Nebenkosten, die halt nicht mit dem Essverhalten assoziiert werden. Und ich höre immer wieder bei mir zum Beispiel, dass halt der Kilopreis von Tomaten oder Pflanzen, oder wenn ich Pflanzen anbiete, viel zu teuer ist, die Aldi und der Edeka, der bietet ja alles viel günstiger an. Und da auch ist für mich sehr wichtig, warum ich das jetzt hier auch sage, es steckt halt auch jede Menge Arbeit dahinter und das wissen halt die wenigsten. Zum Beispiel, bis ich Tomaten ernten kann, wollen eine Vorlaufzeit von fünf bis sechs Monaten. Und ich fange halt meistens im Januar, Februar mit der Voranzucht an, weil die Leute natürlich im April schon in ihrem Gewächshaus sehr schöne große Tomatenpflanzen reinsetzen wollen. Und da musst du halt auch dementsprechend rechtzeitig früh anfangen. Und weil ich ja auch das alles mache, um Geld zu verdienen, muss ich auch früher anfangen. Ich tue dann schon die Tomaten bei mir im April ins Gewächshaus, damit ich halt früher Tomaten habe, damit ich das schon rechtzeitig an den Leuten verkaufen kann. Sondern wenn ich das genauso wie sie mache im Juli oder Ende Juli, August, da hat jeder Tomaten, dann würden sie halt weniger für mich da das Profit rauskommen. Da würde ich mir selbst ins eigene Bein schießen. Jedenfalls fange ich ja schon im Winter an, Januar, Februar, unter LED-Samen mit der entsprechenden Energie und Wärme im Keller bei mir in der Wohnung und schaue jeden Tag, ob das den Pflanzen gut geht, besser die. Und das mache ich dann einige Monate, bis ich dann die pikieren kann in meine eigene Kompostelle, die ich ja schon im November aufbereitet habe. Genau für den Fall, damit ich dann meine Voranzucht machen kann. Nach dem Pikieren auch wieder die ganze Pflege bis dann im März, April. Ich sie dann raustrage zum Abhärten für einige Stunden. Am Anfang natürlich wenige Minuten, dann bis zu Stunden. Und das Rein- und Raustragen dauert einfach mehrere Stunden am Tag. Also ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden. Und das jeden Tag, weil ich halt so viele Pflanzen habe. Und dann setze ich sie im April mit der Hand, ungefähr 160 Pflanzen mit dem Risiko vor dem Frost. Da tue ich sie manchmal mit einem Vlies abdecken. Dieses Jahr ist es mir zum Beispiel nicht ganz gelungen. Da sind mir auch 100 Pflanzen abgestorben. Das war ein richtiger Rückschlag für mich. Jedenfalls schaue ich dann auch, dass die Tomaten da gut ranwachsen. Gieße die auch, schaue in der Nacht nach Schnecken. Tu sie dann im Anschluss ausgeizen, immer wieder aufbinden an den Haken. Und das halt die ganze Zeit, die Pflege bis Mitte Juli ungefähr, bis ich dann meine Tomaten ernten kann, die ersten. Und das sind einige Stunden, die sich die Leute eigentlich gar nicht ausrechnen können. Und dann soll ich meine Sachen für den Discounterpreis hergeben oder gar auch verschenken. Und das ist für mich letztlich einfach nur mangelnde Wertschätzung für meine Arbeit, für das Lebensmittel. Und auch letztlich könnte ich mir da auch Sklave an die Stirn schreiben, weil das ist nichts anderes, wenn dann die Leute so eine Ausbeutung dann auch an den Tag legen und das auch natürlich selbstverständlich sehen. Und das Ganze natürlich bei der Permakultur, alles mit der Hand. Und die Bodenaufbereitung ist ja auch schon mehrere Jahre alt. Also man fängt ja in den ersten Jahren, fünf bis zehn Jahre mit der Bodenaufbereitung an. Und da fange ich auch im Herbst und Winter an in der Kälte mit Grabgabel und alles mögliche, was ja auch die Wenigsten machen. Und das ist halt einfach eine enorme Leistung. Und das tun halt die Leute einfach nicht wertschätzen. Ein anderes Beispiel auch mit dem Spargel, weil hier bei mir in der Region, wir sind in der Spargelregion, und da kostet er halt zehn Euro das Kilo. Wo ich dann auch schon einige Spargelstecher kennengelernt habe, die nur drei Euro die Stunde verdienen, wenn sie da anfangen aus Polen und Rumänien. Und wenn die einen richtigen Mindestlohn und einen gerechten Lohn bekommen würden, dann würde vielleicht der Spargel auch 20, 30 Euro kosten. Und das Gleiche mit den konventionellen Tomaten, was ich vorhin erwähnt habe, genauso wie der konventionelle totgespritzte Kaffeeanbau in Lateinamerika oder Schokolade mit genauso abscheulichem Lohn oder von Asienbräute auch gar nicht anfangen. Also überall wird er dann sozusagen ausgebautet für unseren Luxus. Und ich habe auch ein Dokument mal gesehen von einem konventionellen Schweinehalter, der dann erzählt hat, dass er für jedes Schwein, was er großzieht, eigentlich draufzahlen müsste, wegen den ganzen Dumpingpreisen, die ihm vorgelegt wird. Und ohne Subventionen kann er das alles gar nicht bewerkstelligen. Und das Gemecker bei allen Menschen ist natürlich dementsprechend groß. Möchte ich auch keinem das etwas vorwerfen. Aber die Leute, die maulen und meckern halt bei Sachen, wo sie eigentlich gar keinen Bezug mehr zum Anbau haben. Und das ist halt einfach... Die meisten, die dann ganz groß die Klappe aufhalten und rummeckern und rumheulen, sind diejenigen, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, wie es ist, ganzjährig und im Sinne von der Selbstversorgung beziehungsweise Permakultur, dass auch die Natur davon profitiert und der Mensch und die Lebewesen und kein Raubbau entsteht, sein Obst und Gemüse anzubauen. Regel!